Hey Leute, willkommen zur ersten Snapshot-Vorstellung von dem nächsten großen Minecraft 1.20-Update. Moment, cut, 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 cut. Ich habe soeben das Video zwar so aufgenommen, aber ich habe nochmal ein bisschen genauer nachgelesen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, das wird gar nicht für das 1.20-Update sein. Also, das, was wir gesehen haben, das mit dem Kamel, Hängeschildern, Bücherregalen, Bambus und so weiter und so fort. Das wird das 1.19-3-Update. Mojang hat uns alle geprankt. 1.20 ist noch gar nichts von released und gar nichts erzählt. Alles klar, die haben das, glaube ich, spontan geändert, weil sie gemerkt haben, oh, das ist echt nicht viel, was wir gezeigt haben. Die Community ist enttäuscht. Jetzt machen die das 1.19-3 und das bigge 1.20-Update, das kommt wahrscheinlich wann anders. Aber nichtsdestotrotz, trotzdem geile Features kommen, neuer Content und wir machen weiter mit der Snapshot-Vorstellung. Der erste Snapshot ist draußen, oben links in der Ecke könnt ihr es wie immer sehen, 22W, 42A. Das ist kein Joke, das ist kein Mod, kein Databack und sonst was. Ihr könnt wirklich schon das Update oder die Features anzocken, die während der Minecraft Live gezeigt worden sind. Und das habe ich auch direkt mal getan. Lass mal gucken, was hier abgeht. Vor mir seht ihr direkt, oder unter mir seht ihr direkt mal ein Kamel sitzen. Ich habe mir das mal geholt. Ich glaube, alle Features, die gezeigt wurden, sind noch komplett drin. Wir können das mal in Ruhe durchgehen und uns anschauen, was abgeht. Und ja, man braucht Sattel, um auf Kamele zu reiten. Wenn ich E drücke, kann ich mal ganz kurz hier aus der Perspektive schauen, dann seht ihr schon ein Inventar ähnlich, wie wir es bei den Pferden haben, Eseln, Lamas und so weiter und so fort. Man braucht einen Sattel, damit der ganze Laden funktioniert. Es gibt ein Spawn-Ei für das Kamel. Hier unten in der Seite könnt ihr schon drin sehen. Ich werde wie jedes Jahr alle Snapshots und alle Updates wieder in Form von Videos hier auf dem Kanal bringen. Das heißt, falls ihr neuer seid, mich noch nicht kennt, würde mich freuen, wenn ihr daran denkt, diesen zu abonnieren. Dann kriegt ihr immer alles frisch in die Abo-Box. Ich schaue mir das immer an, analysiere das ein bisschen. Ich mache das schon seit zehn Jahren und ich denke mal, ich habe da mal einen ganz guten Überblick. Würde mich freuen, wenn ihr daran denkt. Und wie immer das Like für den lieben YouTube-Walkon, muss ich nicht vergessen, ebenfalls lieben. So, dann starte ich doch mal durch. Und zwar, wenn ich jetzt einmal das Kamel sitzen vor mir habe. Erstmal, wie hat es der Sing gesetzt? Ich habe das einfach gespawnt. Das hat es nach einer Weile von ganz alleine gemacht. Und ist dann auch sitzen geblieben. Also ich musste keine Taste drücken, ist von allein auch nicht aufgestanden. Ich vermute mal, die parken einfach irgendwo in der Landschaft. Machen wir ganz kurz ein Timeset Day, damit es hier wieder Tag wird. Und wenn ich das Ding jetzt losreiten will, dann muss ich einmal die W-Taste drücken. Ja, dann steht das Ding auf. Schaut mal, wie die Animation jetzt ist. Oh, richtig smooth. Und da wackelt es mit den Öhrchen. Ja, Leute, so läuft das mit dem Kamel. Ich glaube, das kann sich auch hinsetzen, wenn ich auf ihm sitze, von alleine aber eine Weile lang nichts mache. Wie das genau funktioniert, müsste man schauen. So, dann laufe ich einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Es ist auf jeden Fall langsamer. Hat auch eine Kopfanimation mit flappernden Öhrchen. Also es ist langsamer als ein Pferd, würde ich sagen. Pferd ist doppelt so schnell, mindestens wahnsinnig schneller. Ich kann auch hier versuchen, mal zu sprinten mit einer STRG. Seht ihr mal hier? Dann merkt ihr schon, ja, es geht ein kleines bisschen schneller. Es hat auch hier diesen Step-Up. Man kann Blöcke hochlaufen, genauso wie ein Pferd. Aber ich finde, es ist von der Geschwindigkeit echt nicht vergleichbar mit Pferden. Man merkt das deutlich. So, natürlich haben Pferde, wenn man die Leertaste drückt, einmal so einen Jump. Und das Kamel hat einen Dash. Also wenn ich jetzt mal ganz kurz hier reite, und ihr seht auch jetzt hier, ich kann mal ganz kurz hier unten gucken, der Balken und so weiter und so fort, der hat sich ganz kurz aufgeladen, losgeworden. Dann war er ganz kurz jetzt nieder und blockiert. Ich mache das nochmal ein bisschen besser. Wenn wir jetzt nach hier vorne reiten, beispielsweise Leertaste und bam. Habt ihr gesehen? Einmal drüber geht Dash. Der schraubt sich einfach komplett vor, wie als wenn man einen Dreizack mit Ript hat. Nee, gut, so auch wieder nicht. Aber das geht immer auch aus dem Stand. Man muss dafür nicht in Bewegung sein und ist ungefähr immer gleich weit und gleich schnell in die Richtung gucken, wo man hindashen möchte. Und so kann man kleinere Hindernisse, wie kleine Löcher, Ravines oder ähnliches überspringen. Wenn man das natürlich perfekt trifft, für die maximale Energie hilft man am weitesten. Gut, so weit ist es gut erstmal. Ich hab ja gesehen, bei den Kamelen gibt es ein paar Features noch dazu. Und zwar, ja, seht ihr mal, der wollte sich aber ausruhen, nachdem er jetzt 50 Mal gedashed ist. Ja, ein Feini ist es. Die Kamele essen, so wie es aussieht, Cactus. So, damit endlich mal der Kaktusturm für was weiteres nützlich ist. Rechtsklick und dann kann man die natürlich paaren. Ich würde mal ein zweites Kamel dazu holen. Den, oh, nee, ist mal ein Sporn-Ei. Auch nochmal hier, ja, 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 ja. Dann paaren die sich. Der eine ist im Sitzen, der steht gar nicht erst auf, hat er gar nicht nötig. Und... Oder vielleicht funktioniert das nicht. Das kleine Baby-Kamele-Pack, doch, hat funktioniert, hat alles funktioniert. Und jetzt haben wir natürlich hier die Kamele. Die folgen einem, wenn man den Kaktus in der Hand hält. Und, äh, ja, so kann man die ebenfalls nochmal weiterführen. Oh, von allein aufgestanden. Das erste Mal hab ich noch gar nicht gesehen bisher. Ja, egal. Der wandert einfach durch die Gegend. Kann man ganz fein machen. Laut Informationen sollen sie in Wüstendörfern spawnen. Das können wir auch gleich in der Praxis mal austesten. Und noch ein kleiner Hinweis. Äh, Mobs wie Zombies beispielsweise. Oder generell die meisten Mobs. Die können den Spieler nicht erreichen, weil die Kamele so hoch sind. Gut. Der greift mich nicht mal an. Eigentlich müsste er mich sogar hier priorisierend angreifen und ähnliches. Aber das ist erstmal dahingestellt. Und was Kamele übrigens auch noch können. Im Gegensatz zu Pferde und anderen Geschichten. Die können easy über Zäune laufen, weil die so groß sind. Fences sind für die Komplett-Banane. Die latschen da einfach komplett drüber. So, dann würden wir das doch einfach mal testen. Ich geh mal ganz kurz hin mit Locate Structure. Der Command ist übrigens auch neustruchig. Ist schon ein bisschen länger her. Und dann gehen wir mal, äh, Village Desert. So, dann kann ich mir mal ein Wüstendorf rausholen. Mich hinporten. Wir können mal gucken, ob da ganz natürlich ein, äh, Kamele spawnt. Also nicht in der Wüste, sondern ausschließlich in Wüstendörfern. Und ich hab mich hingeportet. Die Chunks laden noch ganz frisch. Die Welt generiert. Und was haben wir denn da? Ein Kamel, welches gerade ein Damage gekriegt hat, weil es im Block hing. Okay, da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Es ist allerdings nur ein Kamel jetzt hier gespawnt. Also bloß, weil man ein, äh, Wüstendorf gefunden hat, heißt das nicht im Klartext, dass man die sofort vermehren kann. Man muss mindestens zwei Wüstendörfer finden, damit man die paaren kann. Es kann auch sein, dass das random ist. Ich hab jetzt nur eins gesehen, aber ich wollte es mal so festhalten. Schauen wir uns als nächstes mal die Sache mit dem Bambus an. Einmal rechts klicken und, äh, wenn man es richtig verstanden hat, kann man aus Bambus, sehr, sehr billig, Bambus kriegt man in extremst viel in extremst kurzer Zeit, diese Bamboo Planks machen. Und die Bamboo Planks, da gibt's verschiedene Varianten, kann man noch verarbeiten. Geht's schon der Stonecutter? Ah, haben die noch nicht hinzugefügt. Stonecutter haben sie leider noch nicht hinzugefügt. Da soll das wahrscheinlich auch, ne, ja, oder ist das eine Holzart? Vielleicht geht's gar nicht, Stonecutter. Jedenfalls, du kannst Slabs machen, ganz normal. Du kannst ganz normal die Stairs machen. Du kannst dann wohl mit Sticks auch Vences, Trapdoors und alles Mögliche machen. Hier haben wir die Trapdoors beispielsweise. Und du kannst auch dieses Mosaik machen. Für das Mosaik musst du, glaub ich, Slabs übereinanderlegen, genau. Und dann hast du hier diese Mosaik-Struktur. Wir können auch generell mal reingucken, was es so alles gibt. Von Bambus, sogar bis Hängeschilder auf Doom. Normale Schilder, Hängeschilder von der Seite, von der Decke, von Whatnot. Und wir haben ein Bamboo Raft und ein Bamboo Raft with Chess. Die können wir dann auch wohl mal ausprobieren. Ich glaub, die Blöcke sind erstmal selbsterklärend. Da muss ich jetzt nicht ganz so viel machen. Das sind halt Zäune bis Türen über Trapdoors und so weiter und so fort. Kann man für spezielle Sachen verwenden. Aber das würde ich jetzt erstmal nicht weiter drauf eingehen. Vielleicht kann ich auch aus Spaß mal hier den Mosaik setzen. Ein bisschen von der Nähe, damit man den sehen kann. So ist es normal. Das ist mit Mosaik. Ja, und dann kann man beispielsweise mal eine Stärkung klatschen oder sowas. Und vielleicht die Trapdoor. Die Trapdoor ist chill. Da kann man bestimmt wieder durchgucken. Ja, sieht aus wie so ein kleines, aber feines Gitter. Was man als Fenster vielleicht nehmen kann an verschiedenen Stellen. Ja, so weit, so gut. Dann würde ich auch mal zu den Schildern kommen. Wir kommen gleich. Das ist nochmal eine andere Sache. Irgendwo einmal die Möglichkeit, das Raft zu testen. Ja, haben wir. Dort hinten können wir mal kurz das Raft reinpacken und schauen, wie das aussieht. Es soll eigentlich identisch sein zu einem normalen Boot. Selbe Hitbox haben, selbe Eigenschaften haben. Und warte mal ganz kurz. Wenn wir so von der Seite mal schauen. Oh, das geht noch. Ist nicht ganz flach. Das ist hier unten. Hat das nochmal eine weitere Reihe ankleben. Das ist ein bisschen Tiefe der ganzen Geschichte verliehen wird. Ja, und dann gehen wir da mal drauf. Und dann fahren wir da durch die Gegend. Entweder natürlich mit dem Floß oder mit der Kiste dran. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das Floß hier chill ist. Ja, da kann man seitlich drauf hüpfen. Ich bin mir nicht sicher, ob das normalen Boot geht, dass du da drauf hüpfen kannst, wenn es im Wasser ist. Weil das halt so flach ist, kann man schön geschillt seitlich drauf. Beziehungsweise, wir können mal ganz kurz was testen. Ich schiffte mich mal ganz kurz weg. Und dann nehme ich einfach mal ein normales Boot. Und wir könnten einfach mal die Hitboxen vergleichen. Sieht identisch allerdings aus. Naja, anscheinend. Okay, dann kann man das hier auch. Ja, okay, kann man auch drauflaufen. Cool, es ist mir irgendwie nie aufgefallen. Ich habe auch gedacht, dass das flacher ist. Aber ist es gar nicht mal. Es hat einfach nur keine Vertiefung drin. Hä? Ich habe die Boot ein bisschen anders in Erinnerung. Aber okay. Würde ich mal so stehen lassen. Das ist Bambus Raft und mit Kiste. Dann kommen wir doch mal zu den Hängeschildern. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wird das gecraftet aus sechsmal den Block plus zwei Ketten drüber. Und ja, wir kriegen hier ein Hängeschild raus. Ihr könnt jetzt hier eure Lieblingsholzfarbe nehmen für das entsprechende Schild. Und dann kann ich das hier nehmen und dann läuft er. Das ist dasselbe, kann man stacken. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, das verschieden zu platzieren. Einerseits kann man die Schilder natürlich von unten an einen Block hängen. Und dann kriegt man auch direkt schon dieses diagonale Ding. Test. Let's go. Man kann die wahrscheinlich dann wieder einfärben mit Glow Ink, damit es leuchtet. Oder auch mit weißem Farbstoff dann. Du kannst die Schrift wieder färben, zum Leuchten bringen. Also das, was man auch schon kennt. Und dann läuft die Sache. Du kannst das Schild seitlich hinhängen. Test 2 beispielsweise. Das wäre auch eine Option. Und du kannst auch an ein anderes Schild erneut nochmal was dranhängen. In einer gewissen Rotation. Wie wir es auch schon gesehen hatten in dem kleinen Trailer-Ding. Wenn wir jetzt das oberste entfernen, ploppen alle ab. Das ist schon mal gut zu wissen. Und interessant ist auch, dass immer, wenn ich das mache, dieses Dreieck kommt. Oder wenn ich... Ah, okay, okay. Cool, cool, cool. Wenn ihr shiftet, dann kriegt ihr diese Dreieckskette. Wenn ihr nicht shiftet, nur Rechtsklick macht, kommt ihr die geraden Ketten hin. Und seitlich an Block ist das. Ach so. Wenn man den Block übrigens entfernt, hier den Support-Block an einem Schild, was seitlich hängt, dann schwebt es weiter hin. Dann zählt das nicht. Der Block, der daneben ist, als Support-Block für das Schild. So kann man dann auch, wenn ich es richtig sehe, fliegende Schilder machen. Was vorher so nicht möglich war, weil jedes Schild einen Support-Block brauchte. Einerseits entweder stand irgendwo auf einem Block drauf oder ist an irgendeinem Block dran geklebt worden. Aber fliegende Schilder, kein Problem, I guess. Nicht schlecht. Als nächstes schauen wir uns die neuen Bücherregale an. Und dafür brauchen wir Folgendes. Wir brauchen Slabs und Orgplanks. Und wenn ich das Crafting-Konzept auch hier richtig rauslesen kann, einfach wie es beschrieben wurde, ja, haben wir. Und zwar einmal mit Slabs in der Mitte anstatt Büchern, was extremst geil ist. So kann man sehr, sehr viele davon machen. Und es ist sehr, sehr billig, sei es verboten und sowas. Ansonsten muss man mal Bücher ranschaffen mit Leder und Papier und sowas. Und ja, dann haben wir doch hier unser Chiseled Bookshelf. Wir können ja mal gucken, so vom Boden. Sieht ja schon ganz nett aus. Von der Rückseite ebenfalls. Okay, ähnliche. Naja, nicht dieselbe wie oben, aber ähnliche Textur. Kann man so als Wand richtig cool machen. Stellt euch mal vor, ihr habt jetzt hier irgendwie so ein Haus oder so ein Raum und dann habt ihr das hier als Wandtextur. Würde einwandfrei funktionieren. Naja, wir gucken mal, wie hier so die Funktion ist. Man soll in dieses Bookshelf Folgendes reinpacken können. Bücher, Book and Quill, weißt du, die beschreibbaren Dinger, beschriebene Bücher und verzauberte Bücher. Also alles, was wir finden, wenn wir hier Book eintragen. Ne, entcharteten Dinger, Book and Quill, Book normal. Kann ich ja mal so machen. Oder die Written fehlen halt jetzt, weil müsste ich das noch machen. Kann ich so nicht holen. Ich mach mal, Soul Speed 3, Rechtsklick. Rechtsklick, kann ich mal machen. Okay. Die füllen sich der Reihe nach auf. Von oben bis unten. Und es steht da, je nachdem welches, mit rechten geht's auch wieder raus. Und es steht auch drin, je nachdem welches Buch platziert wurde, gibt der Comparator ein anderes Signal aus. Sprich, wenn ich Buchnummer 2, 3, 4 reintrage, kommt ein anderes Signal raus, wie wenn ich 1, 2, 3 eintrage. Sozusagen, also drei Signale mit unterschiedlicher Stärke, wäre mal eine ganz starke Vermutung. Deswegen Comparator nehmen wir uns gerade mal. Einmal reingepackt und dann sollte man auf jeden Fall sehen, dass da, ah, okay. Aber nicht nur, wenn man die reinsetzt, sondern auch, wenn man sie hält. Ah, okay. Das ist ein konstantes Signal, was dann wohl ausgegeben wird. Abhängig davon, wie viele Bücher drin sind. Okay, also habe ich davon, was als letztes reingelegt wurde. Das bleibt dann permanent da dran. Also im Prinzip kann man so einen Counter machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn man die rausnimmt, nimmt man immer von hinten nach vorne raus. Das zuletzt reinplatzierte Buch kommt dann als erstes wieder zurück. Ja. Okay, soweit, so gut. Und dann kann man die da drin lagern. Das ist eine Alternative zu vielleicht einer Kiste und zu vielleicht einem normalen Bücherregal. Es gibt auch noch Änderungen zum Creative Tab, falls euch das aufgefallen ist. Wir haben die Blöcke etwas anders angeordnet. Andere Tabs sind am Start. Da sieht ja alles ein bisschen anders aus. Guck mal, hier ist ein Netherite-Inget unten drin. Hier oben ist ein Schild drin. Ich komme durcheinander. Sonst war doch immer der Erdblock hier als erstes. So, zunächst mal. Der erste Tab ist Building Blocks. Und da ist ein Brick als eigen drin. Und ihr seht jetzt hier, alle Holzsorten sind jetzt auch, pass auf, geordnet. Und zwar, dass die möglichst gut zusammenhängen. Also alle Oak-Sachen sind aneinander, alle Spruce aneinander, alle Birch aneinander. Und das ist echt gut. Ansonsten war das super, super schwierig, um mal rauszuholen. Alles an Bambus aneinander, alles Warped, alles Cobblestone, alles Diorite und Whatnot. Okay, also Brio ist auf jeden Fall die Holzsachen zuerst, weil man die vielleicht am meisten braucht. Und dann geht das hier runter bis zu Stein, Blackstone. Das ist gut. Dann muss man nicht ewig durch die Gegend suchen, sondern man kann einfach hingehen, einmal durchscrollen. Und alle Blöcke einer Art sind direkt gruppiert. Aber was auch noch interessant ist, es gibt mehrere Blocks. Guck mal, bei Nature-Blocks ist der Oak-Lock einmal ein Nature-Block-Tab, aber gleichermaßen auch ein Building-Block-Tab. Der ist beides mal der erste, je nachdem, welchen Tab ich gehe. Es kann also auch sein, dass in den Kategorien Blöcke mehrfach drin sind. Also Holz zwei- oder dreimal in einem anderen Tab, auch wo es halt passt. Das sind einfach nur die Sammelstellen. Hier ist halt Grünzeug so ein bisschen, alles, was man braucht. Ey, das gefällt mir eigentlich. Obwohl, hier unten sogar noch Nature-Blocks, wahrscheinlich alles, was es in der Natur findet. Also auch Gravel, Sand und Stein nochmal, komplett alle Erze. Okay, okay, dann Functional-Blocks. So sortiere ich auch immer so ein bisschen meine Kisten, so von der Art her. Hier sind die Hängeschilder und die normalen Schilder. Der Hängeschild ist, wie gesagt, ein Schild, was alle drei Optionen gleichzeitig hat. Kerzen, Functional-Blocks, sehr schön. Bei Redstone, alle Redstone-Sachen drin. Ganz ehrlich, die hätten die Buttons ein bisschen weiter nach unten machen können, weil man die so selten braucht. Und Trapsos vielleicht ein bisschen weiter nach oben, bin mir ganz sicher. Aber auch hier, das Wichtigste hat man direkt auf der ersten Seite. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Tools und Utilities, hat man sofort alle Werkzeuge und Waffen hier oben. Muss nicht ewig rumscrollen und suchen. Boote und Zeugs. Combat, sind auch die Schwerter direkt als erstes oben. Das ist sehr, sehr nett. Und die Pfeile, die man nicht sofort nach unten braucht. Also man muss selten scrollen, finde ich jetzt. Also vielleicht bei Build-Aim-Glocks. Consumables, alles an Essen ist parat. Und halt die Tränke, die Tränke sind eher unten. Oben halt das hauptsächlich Essen. Crafting, oh mein Gott. Okay, das ist auch mal interessant. Den habe ich nicht gesehen. Alles, was man potenziell für Crafting braucht. Verschiedene Materialien. Nether-Inge ist halt ganz dick da drauf. Ja, unten die Enchantment-Bücher. Brauzutaten, Farbstoffe. Sehr, sehr nett. Und halt die Spawne-Eiern im eigenen Tab, so wie es aussieht. Das war es doch schon. Mehr Tabs haben wir nicht. Das sind halt meine gesicherten Hotbars vom Bauen und sowas. Die habe ich immer drin. Und wenn ich hier oben auf alles klicke, dann müsste das alles untereinander in der entsprechenden Reihenfolge angeordnet sein, wie ich es auch hatte. Aber wenn man jetzt hier hingeht, dann sollte bei den grünen Zeug, ja, hier ist nicht noch ein zweites Mal der Oak dabei. Schön. Ja, wollte ich auch mal zeigen. Haben die besser gemacht von der Organisierung. Muss mich aber erst dran gewöhnen, weil ich noch das andere gewohnt bin. Außerdem, wenn ihr selbst Snapshots spielen wollt, müsst ihr jetzt etwas beachten. Es gibt was Neues. Wenn ihr eine Welt erstellt, Singleplayer, steht erstmal hier die Snapshot-Welt, die ich habe, steht hier ganz dick Experimental dran. Wenn ihr eine neue Welt erstellt, einmal reingehen, kann man Grative nehmen, was auch immer, müsst ihr jetzt, wenn ihr Snapshots spielen wollt, auch wenn ihr die Snapshot-Version drauf habt, in Datapacks reingehen und das Update 1.20 Datapacks, die Experimental Features, mit einem Klick rüberschieben. Ihr könnt auch nicht Bundles rüberschieben, falls ihr das wollt, aber ist ja eigentlich eher egal. Also, falls ihr eben Bundles gehen habt, ein Creative-Tab, das lag daran, dass ich das Bundle-Pack auch mit reingeschoben habe und deswegen war das verfügbar. Und erst, wenn ihr jetzt auf Don klickt, dann steht hier, Achtung, ist für Experimental, bla, 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 die ist das, Proceed, und dann könnt ihr Welt erstellen, dann wieder Experimental, die ist das, die ist das, und erst dann habt ihr die Snapshot-Features bei euch freigeschaltet. Es war auf jeden Fall jetzt eine Überraschung für mich, dass das nur das 1.19.3-Update werden soll und nicht das 1.20-Update, aber auch irgendwie eine positive Überraschung, weil das war ja eher nur Klein-Stuff und dann ist das große, 1.20-er immer noch so mystisch und es kann immer noch was Großes werden. Ich glaube, das hatte so ein bisschen den Hype rausgenommen, dass nur so wenig gezeigt wurde und es hört sich für mich wie eine gute Entscheidung an. Was denkt ihr dazu? War das smart, 1.19.3 draus zu machen? Habt ihr noch Feedback dazu? Ist euch was aufgefallen hier von den Features her, was wir vorher noch nicht kannten? Ruhig ein bisschen rücken wir in den Kommentaren und wir sehen uns dann in der nächsten Snapshot-Verstörung, aber generell im nächsten Video. Crafting fängt ja auch schon bald an, am 29.10. Deswegen schaut da wieder rein. Bis dann, lass krachen, Leute und ciao, ciao.